hallo freunde der virtuellen realität schön das eingeschaltet habt zu den heutigen pico news und ja wer mehr kanal nicht kennt ich bin sebastian ihr seht hier auf tupac via und hier gibt es alles rund um das thema vr heute mit der pico 4 oder dem pico 4 news und ja wir haben einige infos bekommen einige release infos update infos und ja die möchte ich sehr sehr gerne mit euch teilen und ich würde sagen legen wir direkt los und ja das ist schon ein absoluter highlight most book 2 erscheint morgen am 20 4 auf der pico 4 und ja es ist ein absoluter must have titel definitiv wenn ihr most book 2 oder book one oder chapter one noch nicht gespielt habt und die beiden teile also einfach wahnsinn einer der besten via games die ihr so bekommen könnt so eine schöne story deutsche sprachausgabe so süß alles gemacht also mega ich habe es auch schon auf meinem kanal gezeigt schon öfters und ja kaufen leute ich kenne den aktuellen pico preis jetzt noch nicht aber ich vermute mal irgendwas um die 30 euro müssen morgen mal abwarten preise habe ich leider nicht bekommen konnte ich nicht in erfahrung bringen aber das geld ist auf jeden fall wert definitiv ja leute dann haben wir captain toon head versus the punks vom outer space das ist ein tower defense game und ja der erscheint auch morgen auf der pico 4 da kenne ich den jetzigen preis für die pico 4 auch nicht kostet bei steam 1950 und und ja ist ein bunter tower defense shooter sieht sehr sehr witzig aus ich habe selber noch nie getestet aber wie wir hier sehen wir kriegen verschiedene waffen gegner horden kommen auf uns zu und ja halt tower defense sieht echt witzig aus und hat auch auf steam relativ gute bewertungen bekommen auch wenn es nur 16 sind aber ja scheint ein ganz witziges game zu sein erscheint morgen auf der pico 4 und kommen wir zum nächsten titel ja das ist final soccer via ich habe die info dass final soccer rauskommt und final soccer pro ich weiß jetzt aktuell noch nicht wo die unterschiede sind habe ich versucht in erfahrung zu bringen konnte ich leider nicht in erfahrung bringen müssen wir morgen abwarten wir haben bei final soccer kleine mini games wir können einmal als torhüter spielen wir können als stürmer spielen und da haben halt immer kleine mini games und ja hier wird gezeigt wie man spielen kann wie das jetzt mit der pico aussieht müssen wir mal abwarten es gibt ja auch die möglichkeit mit trackern zu arbeiten bei steam auf jeden fall das geht ja bei der pico jetzt auch noch nicht ich finde die lösung jetzt nicht so doll mir die controller an die füße zu kleben muss ich ganz ehrlich sagen wenn es da irgendwelche halterungen gibt natürlich ist es eine andere sache aber ja da ist die tracker option natürlich besser wird es jetzt aber für die für die pico natürlich nicht geben aber so ist natürlich cool ansonsten muss man halt mit den händen als fuß spielen geht natürlich auch aber ja mit den füßen macht es natürlich viel viel mehr spaß da muss muss man jetzt definitiv abwarten was da möglich ist mit der pico 4 aber sieht echt witzig aus das game wer fußball liebt ja der kann hier definitiv mal reinschauen kostet 20 euro bei steam pico preis müssen wir morgen abwarten ist ein älterer titel der jetzt dann auf der pico erscheint aber solche titel sind natürlich wie gemacht für für stand-alone-brille muss man ganz klar sagen man hat kein kabel und nichts und kann dann eventuell auch irgendwo hingehen wo man viel platz hat gerade wenn man hier als torhüter so spielt sollte man schon platz haben tut weh wenn man dann gegen die wand springt ja dann kommen von den games zum jahr zu der app kategorie sage ich einfach mal und hier haben wir the book of distance das ist einen jahr wie film so wie ich gelesen habe auch nach einer wahren begebenheit spielt um 1935 ein japaner der möchte sein land verlassen und will ein neues leben in kanada beginnen und ja dann erlebt er halt einige sachen der krieg bricht aus und ja so erleben wir die story von joneso okita und ja kann man auf mal reinschauen ist auf steam kostenlos ich weiß nicht ob das auch auf pico kostenlos wird aber ich finde so so wie a filme echt interessant und ja dann müsste es eigentlich viel viel mehr geben ja kommen wir zur nächsten app und das ist gravity lab und gravity lab kann man ja vergleichen jetzt nicht mit irgendwas glaube ich aber wir haben halt eine umgebung und müssen da kleinere rätsel lösen physik rätsel sage ich einfach mal mit ja gravity und wir müssen meistens kleine bälle irgendwo vom start ins ziel bringen und können das mit verschiedenen hilfsmitteln machen so wie ich jetzt so gesehen habe ich habe selber auch noch nie gespielt aber sieht interessant aus ich mag so kleine knobel games und die haben auch vollkommen berechtigung in der wii welt sage ich einfach mal da das ist nicht einfach stumpf ist rumballern sondern man muss auch mal ein bisschen überlegen hier sehen wir diese bälle und müssen die umleiten damit wir die dann ins ziel bringen also ich mag sowas und ja definitiv kann man hier definitiv mal reinschauen kostet 12 50 auf steam wie auch immer dass bei pico dann aussehen wird müssen wir abwarten so die nächste app ist foto class und da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau es gibt hier verschiedene dlcs da müssen wir abwarten inwieweit die bei der pico dann drin sind ob es komplett ist da habe ich jetzt auch noch keine infos zu und ja das game ist eigentlich kostenlos die dlcs kosten dann was was ich absolut fair finde wenn man so ein kleines game hat wo man mal reinschauen kann und dann dlcs kaufen kann finde ich vollkommen in ordnung und wenn es dann bei der pico auch so ist wunderbar ja wir haben hier physik oder chemierätsel escape room game ist dann dabei und wir müssen dann halt chemierätsel lösen man kann dabei was lernen und ja sieht sieht interessant aus ist auch was für die leute die gerne in wir lernen und auch ein bisschen knobeln ja das dazu und kommen wir zu blade and sorcery und da gab es jetzt einen update mod manager update und es erscheint nächste woche auch noch ein größeres update habe ich noch keine infos zu aber ich bekomme natürlich auch immer auf facebook auf youtube kriege ich kommentare die dann immer die titel vergleichen mit anderen plattformen also die titel die man auf der pico jetzt spielen kann vergleichen die dann mit anderen plattformen wie jetzt ihr seht steam quest und so weiter und so fort und da wird oft bemängelt ja da gibt es aber schon update warum gibt es das da noch nicht da gibt es ein dlc schon das gibt es auf der pico nicht und ich kann den unmut dann verstehen pico arbeitet hier aber daran und versucht das alles dann auch ja fast zeitgleich dann ja zu zu lösen zu regeln und da müssen wir einfach mal abwarten was die zukunft bringt aber ich denke schon dass pico hier stark daran arbeitet dass auch alle spiele gleichzeitig die die updates denn erhalten ja kommen wir zum nächsten update das ist real via phishing und da gab es ja einen us west dlc und der ist auch ich glaube letzte woche schon erschienen oder diese woche ich glaube aber letzte woche auf der pico 4 und da gab es auch schon ein paar kommentare warum das da erhältlich ist und auf der pico nicht ja jetzt hat es den weg auf die pico gefunden und das sind einfach gute news und dann haben wir puzzle places und puzzle places oder puzzling places ist ja wie man schon sagt ein puzzle game und da gab es jetzt oder gibt es jetzt das pass through update am 27 vierten und dann kommen auch dlcs dazu und ja hier sehen wir auch pico arbeitet daran dass auch die ganzen games jetzt dlcs erhalten die schon eventuell released worden sind und die alles das sind einfach super neuigkeiten ja pass through update ist halt ein update wo wir dann wirklich über pass through unsere reale welt anzeigen lassen können aber trotzdem noch weiter puzzeln können ist natürlich cool man ist nicht komplett weg für manche leute ist es interessant für manche eventuell nicht manche wollen wirklich in der wii welt dann bleiben manche wollen aber dann eventuell die reale umgebung sehen das können sie jetzt damit dann auch machen und ja interessantes update auf jeden fall ja leute das waren die pico news und ich hoffe euch hat es gefallen war informativ für euch und natürlich habe ich jetzt nicht alle infos direkt rausziehen können ich hoffe das wird jetzt immer besser ich habe einen neuen pico kontakt und ich hoffe mehr da größeren informationsaustausch den hat es jetzt schon gegeben also ich bin da sehr sehr zuversichtlich dass ich euch in zukunft öfters ja pico news videos machen kann und zu spielen aber auch eventuell zur firmware updates ja was verbirgt sich im nächsten firmware update was sind die verbesserungen was kommt eventuell hinzu für für sachen die ja immer das erlebnis verbessern und ja da hoffe ich dass ich da infos kriege dass ich da videos zu machen kann ich habe ja schon firmware update videos gemacht aber ja der informationsfluss war dann sehr sehr stockend und dann habe ich mir irgendwann gedacht lassen was erst erstmal das macht so keinen sinn aber das wird sich jetzt auch verbessern ich hoffe dass wir da auch ja jetzt stetigeren austausch haben und dass ich euch dann auch informieren kann ja was ich noch loswerden wollte ich lese immer wieder in den kommentaren auf facebook in meiner facebook gruppe ja der pico store kann ich mithalten der ist zu klein der kann ich mithalten mit den anderen stores kann ich nur bedingt verstehen für mich war von vornherein klar der pico store kann ich von jetzt auf gleich mit allen anderen plattformen mithalten die schon seit mehreren jahren existieren und der pico store muss langsam aufschließen und ich sehe den stetigen wachstum im pico store jede woche kommen da neue games rein und auch gute wie wir jetzt sehen mit moss book 2 das ist ein absoluter triple titel und ja solche titel finden jetzt auch den weg auf die pico 4 und das zeigt mir eigentlich pico arbeitet da verdammt gut dran und die können nicht von jetzt auf gleich gleiche bibliothek haben die andere plattform das funktioniert nicht aber die arbeiten verdammt gut dran und ja das wollte ich erst mal loswerden dann gab es noch kritikpunkt mit den updates und dlcs dass die auf anderen plattformen schon existieren aber auf der pico nicht kann ich verstehen den unmut ist nicht gut wenn ich einen titel kaufe möchte ich dass der auch mit allen anderen plattformen mithalten kann auch die updates die fehlerbehebungen bekommt dlcs bekommt zeitgleich und auch da arbeitet pico mit sicherheit dran wie wir jetzt sehen für verschiedene games gibt es jetzt die dlcs schon es kommen mehrere updates raus und da wird daran gearbeitet und das zeigt mir dass es in die richtige richtung geht und da müssen jetzt auch mal abwarten was die zukunft bringt ja das wollte ich auf jeden fall mal loswerden wie immer kann ich nur sagen falls ihr eine facebook gruppe sucht eine vr facebook gruppe wo man sich verabreden kann wo man auch mal fehler posten kann probleme posten kann wo eingeholfen wird dann ist eventuell die vr world germany facebook gruppe für euch was und in der beschreibung ist der link dazu ich würde mich freuen und meine admins auch wenn ihr ja und joinen würdet dann gibt es noch einen disco der ein bisschen ja stiller geworden ist aber auch da bin ich immer noch präsent der ist auch unten verlinkt da könnt ihr auch gerne join wenn ihr bock drauf habt und ja ich sag jetzt einfach mal dankeschön fürs zuschauen wenn euch das gefallen hat natürlich like raus über ein abo würde ich mich mega freuen dann steigt mein kanal endlich mal auf die 2000 und ja ich wünsche euch jetzt noch einen schönen abend bis demnächst weil ich mich mega listen그래 und bis zum nächsten Mal bei uns bis zum nächsten Mal tschüss Äục ä sytu ä PlayStation tschüss Ja Ist Nom S S bah Christians